ok einmal anhören so laufen geht auf jeden fall zum bahnhof aber ich auch vorher noch mal eine kiste rumliegt bevor die nette und soviel so war hintere gasse will man nicht vergessen dass noch noch kisten im bahnhof oder am bahnhof gewinnen einfach mit dem bahnhof ich wusste so er kann nicht mehr sagen es sind herzlose offiziellen verkehrt also da war so nach sauber das kann nie was genau ja ich werde hier los werden gleich für dir combo boost, jawohl Möke! 5.000 Taler? The king was that really him it could have been yep, I know it was The king was locked in the realm of darkness right uh-huh But we just saw him yeah, and if the king is here That means Riku's here Well, I'm gonna go look for Riku then he and I can go back to the islands together Kairi's there waiting for us What are you two gonna do Worse, sir, you have to ask Your face What do you say guys? Let's stick together for one more journey To where again? We have to board the train. Oh, yeah Come on The king is holding a bottle, surprisingly, there are 5.000 Taler A wonderful crystal, the point is to shine when you hold the sun light The secret story of the 2nd Wait up! Huh? Hey, Sora? What? Nothing, but... We came to see you off. It just seemed like something we ought to do. Oh. Really? Thanks. You should hurry and get your tickets. Right. Huh? One, one, one. They're the same. Yeah. Three tickets, please. I can't help feeling like we won't see this town again. You're thinking too much. Yeah. You're right. Hmm. Hmm. Diese Aussage, dass ich die Stadt nicht wiedersehen werde, ne? Ich muss mal drei Kisten hier drüben. Also drei Kisten fehlen nur. Nein. Nein. oder pg 3 3 kisten sehen ja so ja gut aber wo Hier hatte ich alles gesehen gehabt Hier sind keine Kisten drin Und ich will immer wieder hier sein In meinem Match gegen Typer haben Dieser Proll So Das ist ein Wald irgendwo Ah, Vivi Das war klar Ich wollte nur mal so klingen wie Reihe Und so Noch zwei Kisten Noch eine Kiste Ja Geht doch Alle Kisten Sehr gut In zwei Leitsaun Alle Schätze gefunden Sehr schön Gut Jetzt müssen wir mal zum Forum Ich habe ja noch Geld da Ich habe doch gerade 5000 Taler bekommt Wo hat ihr hierhin hingetan Mama Wir sind keine Ich bin zwar schüler Aber dann glaube ich nicht Aber da bin ich heute laufen So Ey da sind 5000 Taler gewesen Dann sind wir damit jetzt nicht einkaufen gehen können Ich habe mich schon gefreut Mal Leider gesagt Apropos leider sagt Ability Sora Ich kann mal den Combo Wozu kommen Der Hütte Schaden den Kommt noch für Proportional zu der Anzahl der Schläge einer Kommt einer boden Kombo Sehr gut Donut Was neu ist Nein Gut wie auch nicht Aber neue Items Zählt Zahlebeutel Ja Er wird auspacken Er hat auch Rückwärme Das Fond Ability Jedes mal Es daher ist Immer nochmal Na 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 also jetzt ist es mal die sonne zucker geschlagen ist es ja immer noch sehr gewünscht durch gut aber dann krass das box das war wohl schon irgendwie da aber wir kommen bestimmt wieder wir werden noch gegen cyber kämpfen 100 prozent ist ein richtiger boss sein gimme okay let's go bye hey sora you sure we haven't met before positive why do you ask you okay yeah don't know where it came from pull it together right see ya you 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Alter, richtig gut. Guess that's that. Let's go. Go where? It's not like we have homes to return to. We don't exist, remember? Yes, it's true. We may not have homes. But there is some place I want to go. And... Someone I want to see. Same here. So, you think you might let us go? I know you're here to get rid of us, but... Diz wants to get rid of me. Go. You sure about this? I owe you both. For what? Castle Oblivion. You helped us. You don't have to tell me twice. Nice. Thank you. Thank you. Let's do it. Ah, was ist denn bei Jens das? Ja. Da schickt Carlo, Carlo, der in Kingdom Hearts 1 von Malefit, glaube ich, wieder aus der Sunkleid befreit wurde. Nachdem er ja dahin geschickt wurde, war das nicht so? I'm blanking here, Alex. I'll be out, huh? Was geht's? Hehehehe! Ich sende einige meiner Lackys in die Mitte, um zu sehen, ob Demastur in den Tauern ist so groß und schwer wie sie sagen. Wohh... Was ist das Blut? Wir sind ein paar Wörteren von Hartlösen und in einem Arme von Hartlösen, speziell für sie. Oh, warum bin ich mit euch Pipsqueaks zu sprechen? Ich bin dann, Schramm. Ich bin dann, wie es es ist. Du solltest etwas besser machen. Oh, sagt er! Oh, es ist du! Pete? Was sind wir zwei Nimrods hier? Was sind wir hier? Du kennst ihn? Wir sind sicher. Pete ist schon seit Jahren. His Majesty hat ihn zu einem anderen Dimension ein lange Zeit. Ich wundere, wie er es ist? Ha, 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 ha! Willst du wissen, wie, eh? Well, Maleficent hat mich gemacht, das ist wie. Und jetzt, deine Welt... Nein, 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 nein. All die Welt sind zu dir, wirklich. Cause Maleficent's gonna help me conquer him. Maleficent? Huh. Oh, what are you laughing at? Why, Maleficent's power is so great that... She's toast. Huh? Sorry, but Maleficent can't help you now. What do you mean? You! So you're the ones that did it. Well, we might have had something to do with it. Heartless Squad, round up! Die kleinen jetzt wieder, ja. Jetzt gibt's auch gleich die härtlosen, ja? Ja gut. Dieほude! You just wait! Nobody, and I do mean nobody, messes with the Mighty Pete. So, Mighty Pete... who lives in this tower anyway? Oh, you don't know, eh? Well, it's old Yen Sid. Of course, he's probably a heartless by now. Master Yen Sid lives here. Yen Sid is the king's teacher. Wow, sounds powerful. Go, 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 go. Ja, gut. Ähm. Ich wollte gerade sagen, ich war ja schon mal hier, aber... Das ist halt echt das Problem. Ich war damals mit Ventus hier. Und mit Terra und mit Aqua. Aber noch nicht mit Sora. Oh Gott, das ist richtig. Jetzt muss ich gucken, dass ich die ganzen Storys... Ähm... Drin behalte. Was, wo ist. Oh Gott. Da fällt mir nicht runterfallen. Okay, das geht nicht. Also da war gerade kalt hier drin. Oh. Jetzt habe ich halt so viele verschiedene Geschichten gespielt schon hier. Und gesehen. Ich meine, das ist ja quasi das... Vierte Spiel. Und ich habe schon so viele Leute getroffen. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich die ganze Storys erstmal irgendwie geordnet... Äh, in meinem Kopfbehalter. Ich will sie gerne herzloten. Die 3er, ja. Achso. Hier geht noch mal nur ein Punkt. Wo ist der Haken? Oh. Okay. ja der nächste gegner guck ich mir AP Kinder, ein bisschen. Na gut, dass wir dann auf den Job sind. Also, die Welt ist nicht in der Frieden? Ein Lunar-Splitter und ein Finster-Splitter. Ich muss noch versuchen, ein bisschen zu merken, welche Splitter und sich von wem kriege. Aber ich will nicht mehr über 7. Status. Jetzt ist Level 99. Jonas hat gleich ein Level ab. Wir machen noch einmal, dann haben wir gleich ein Level zu tun. Oh, okay. Ich komme also nicht wieder. Klar. Perfekt. Oder kann man Gegner. Oh, okay. Oh, okay. Mastor, wie Sie sind? Es ist eine Szene. Hey, da. So, I show some respect. So, you are Sora. Now then, have you seen the king yet? Yes, we did, Master. But we didn't get a chance to talk to him. Yes, the king has been quite busy of late. Therefore, it would seem that the task of instructing you three falls upon my shoulders. You have a perilous journey ahead of you. You must be well prepared. You mean, we have to go on another quest? I was looking forward to finding my friend Riku, so we could go back to the islands. Yes, I know. However, everything in your journey, Sora, is connected. Whether you will find your way home to the islands. Whether you will return alone or with your friend. And whether or not the islands will still be there. And the key that connects them all is you, Sora. I'm...the key? Chosen wielder of the keyblade. You are the key that will open the door to light. This book contains valuable knowledge you will need for your journey. Study it carefully. Once you have finished, we will speak of the enemies you will surely confront. Okay. First of all. The key. The key. The key. The key. The key. The key. Through all the key. The key. The key. It will be Shu do it. The key. Is that a cube if you need a cube and aicit. Allors spies. Ja. The key part of the key part further is how a 256k the floor is done. anmute scheint sonst das woher hatte ich noch diesen buch mächtige tauber springen hier geschrieben okay aber das buch lesen der anfang der anfang jede reise ermöglicht neue begegnung und jede begegnung führt zu einem abschied wiederum eine in einer reise mündet öffnen die welt in ihre herzen erwählt vom licht oder verführt man dunkelheit freunde sich die gleichen bande verbinden obwohl ihre wege sie woanders entführen wenn du an dem weg zweifel ziehen im bisher beschritt beschritten wenn die hand die du hielst verloren scheint blicke erneut auf das herz einmal war dann zählt alle antworten bereit zwischenspiel ein langer traum ein trauriger abschied liegt in der luft in dieser zwischenwelt was ist die wirklichkeit was ist illusion der weg den der junge eingeschlagen hat führt zu seiner erinnerung ist zu gefangen und plus der tage und nächte die vergehenden blicke erneut auf deine schritte auf die tage die zukunft kommt der tag an den dieser kampf geboren aus verwirrung enden wird für jeden wird das etwas anders bedeuten wenn die wirklichkeit das sein was verborgen liegt der grund ist die bloße existenz und doch erinnerung kann man trauen eine angst vertraue deinem körper den sanften schwingungen der erinnerung an und bald wird eine flüchtige rast vorbei dann alles wird beginnen das sind bestimmt anspielungen die nachher noch das haben werden das problem hat essen selbst wissen lässt sich unbedingt durch habt ihr noch welche fragen um ehrlich zu sein ja wie kommen die heartlesser still running around die heartlesser still running die heartlesser still running in every heart die heartlesser fewer but while darkness exists in a single heart it will be difficult to eliminate them Of course, that must mean if everybody's heart was full of light them heartless would go away Now it is time to speak of the enemies that you will encounter If one such as you, Donald yields to the darkness in their heart they too will become a heartless But you know this The heartless are always lurking and ever seeking to capture new hearts Never let your guard down Now then At times if someone with a strong heart and will be they evil or good becomes a heartless The empty shell they leave behind begins to act with a will of its own An empty vessel whose heart has been stolen away A spirit that goes on even as its body fades from existence For you see Nobodies do not truly exist at all Nobodies may seem to have feelings but this is a ruse They only pretend to have hearts You must not be deceived Nobodies Nobodies They don't exist Now then The being you see before you is known as a dusk They are the most common form They are the most common form of no body They are the most common form of no body But there are others Some larger Some with frightening and unique powers Be vigilant On your journey You will meet an alarming number of dusks They will all attempt to do you harm Still they are nothing but empty shells Destined to return to darkness But The beings you see before you now are different These powerful nobodies have formed a group called Organization 13 It commands the lesser nobodies Organization 13 While Heartless act on instinct Nobodies function in a higher manner They can think and plan And it seems they are working towards a goal What that goal is We do not know The king sensed the danger And journeyed forth to fight it He found the Dark Realm's keyblade And with it closed the door Now he is traveling from world to world Fighting the Heartless As he seeks the answer To the riddle of the nobodies And Organization 13 Then I guess we better go find the king first What where could he be? Well we won't know till we look Yeah and the king must know where Riku is Cause the two of them were together in the realm of darkness When we closed the door You know after defeating Ansem So before you go you will need more suitable traveling clothes Those look a bit too small for you Through there you'll find three good fairies If you ask they'll create for you appropriate garments Goresh Sora You sure are growing fast Uh I guess Ja das was ich sagte Ja krass Also sind unsere Griechen Die normalen Herzlosen Dann die Dann die Dämmerlinge Also die schwächeren Wissen an niemanden Und die Organisation 13 Die stärkeren Wissen an niemanden Die alles irgendwie nur so Heil bewiesen sind Aber Nochmal ganz kurz Aber Ich vermute mal nicht alle von dieser Organisation 13 werden unsere Gegner sein Wenn überhaupt Weil Irgendwie sind wir ein Teil von Roxas Oder Roxas ein Teil von uns Also von Sora Und Axel ist ja ein Freund Axel und Namine sind ja Freunde von Roxas und Namine mag ja auch Sora Das heißt da wird dannher auch noch irgendeine Kommunikation und irgendein Band sein 100%ig Und Kairi Ist da auch irgendwie noch mit dabei Ich bin Ich bin Ich bin Riku Und der König Ich weiß nicht wer diese Organisation ist Oder was sie planen Mit den 5 von uns Ich meine 6 von uns Es gibt nichts zu worry Genau Right Und Kairzimmer Von deinem geistigen Auge siehst du ein Bild wie du von der Macht ungelebtem Mann wirst Oh Boah Boah Wisse Und dann gestern ist wie beim Bild wie deine Kraft und vollem Ausmaß einsetzt Von deinem geistigen Auge siehst du ein Bild wie dein Magier voll Ok das sieht aus wie so kollektive wird es gewinnt mit dem maßen nutzen wie du selbst anstärkung wissner zu gewinnen seine wahren kräfte schlimmer noch in ihm das ist deine aufgabe wir haben von dir gehört beide ich probiere deinen kleider an aber natürlich erst wenn ihr euch aus reise vorbereitet wenn du dich umgezogen hast ist für euch seiner zeit aufzubrechen ja wir look who's here dears sora donald and goofy oh if you're looking for clothes you come to the right place i'll do the designing oh that will never do oh now now dears but don't you like this better wie wärs mit schwarz hold on are you sorry blue ah would you just decide all right then together now dears and no more squabbling oh my oh it's lovely oh yes he does look very dashing cool cool now those aren't ordinary garments they have very special powers take the orb deer and watch what happens wow 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 oh boy stern sucher erhöht die maximale anzahl an der schläge in der luft kommen um ein heldenformel ist das kommando drive um durch goofy's kräfte in die heldenform zu wechseln das kommando drive wurde zugefügt die leiste wird in der rechten unteren ecke angezeigt wird verbraucht wenn du andere formen benutzt gewinnt an stärke dadurch die beim wechsel in eine andere form die kräfte einer gefährten leist während die transformation verschwinden diese allerdings cool ist das denn ja da habe ich mein schwarz krass voll geil ok ich habe jetzt nur eine heldenform zwei keyblades an dem man die level einer form an dem man den level einer form steigert können diese abilities selbst außerhalb dieser form eingesetzt werden in den formen kann ein zweiter auf angelegt werden ok das ist ja durchaus kraft und eine bildet die doppelte durch das kraft und eine zusätzliche bildet die lange bilden stärken von beiden waffen lernen wie man zweiter von legt und seitens für die sora will eine form will eine waffe ok kann ich nicht auch hier die sterben suche nehmen weil man kann ich mir ablegen nein ok also ich muss den kühlen hänger behalten das klingt passiert schon echt wer weiß was ich hier also abilities heldenform du heiliger steigerbar sportfreund ja ja gut ich bin geschwappen dann läuft also klingt krass eine form level 1 ok die level ich auch mit also ich muss auch diese heldenform kämpfen um die zu verbessern hoppla sora das ist verloren wenn das eine kleine gefahren zu sein das ist noch abgebildet sieht aus wie ein teil eines großen bilds eines größeren bilds noch ein geschenk na du hast es nicht von uns aber da hast du seine neue kleine gefahren ist hat sich etwas mit einem abend hört du hast gut darauf auf wenn du mehr die teile finden sollst du sie aufheben vielleicht lohnt es sich und ich schreibe für dich auf was du schon geworden hast du hast du hast ein puzzle teile findest du an den unterschiedlichen orten einige kannst du erst die bestimmte abilities erreichen indem du sagst du siehst du welche teile du hast wie viel kollektive wieder karte habe ich das alles ist schon mal gut also teile das erwachen teil in zwei leiter was ja nicht ganz richtig ich bin ja nicht in zwei leiter und eigentlich aber jetzt gehört anscheinend mit bei der tonne zu modus puzzle motive okay micky hallo so ich glaube ich werde auch verzweifeln aber ich habe alle kisten ok jetzt gibt es über der herzlose und es gibt ihnen niemanden die dämmer länge dann werden da wiederum auch noch lobe aber klar die drei jetzt gibt es sora und sora ok alles klar anderen berichte nummer zwei jahre wird gut ich finde sie alle dann ja ich bin sie alle ich bin ein gummy-zett hey es der dummischip hey 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 Because of your previous endeavors, the worlds have returned to their original states. That means the pathways between them have disappeared. How do we get around? Do not fear. If what the king suspected proves true, the worlds have prepared new pathways along which you may travel. These pathways may be utilized by unlocking special gates. How these gates are opened, I'm afraid I do not know. However, the Keyblade will serve as your guide. When a beam of light radiates from the Keyblade, return to the Gummy Ship. Though the worlds may seem far apart and out of reach, they nonetheless remain connected by invisible ties. As do our hearts. Our hearts are connected. That is correct. Got it. But, be warned. As you proceed, the Heartless and the Nobodies will be using their own paths. Corridors of Darkness to travel from world to world. They may be attempting to link these dark pathways to the gates between the worlds. I'll catch that there. Now then. That is all the information I can give to you. Go forth, Sora, Donald and Goofy. Everyone is waiting. Okay, let's get going. Master Witzig. We appreciate the help. Dieses Glätscheln von Sora. My goodness, what's that? Malepha. Haven't we seen this somewhere before? Yes, dear. I wonder whose it was. Malepha. No, we mustn't remember her name. Oh, dear. She was a mean old witch. Oh, no. The memories are coming back. What'll we do? Oh, what'll we do? Perhaps we should tell Master Yen Sid. Yes, that's what we must do. Hurry. Malepha. 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 Neuha. Malepha. Bevor wir es weiter machen ... Ich habe Ansem besiegt. Der lebt noch. Ich habe Malepha besieged. jetzt diese malen fitz ist wieder da durch erinnerung was ist der külpig bin aber hey okay wozu besiege ich die eigentlich wenn die dann eh wieder kommen so ich werde sehen ob das das ding ist besser grafisch gemacht aber dadurch nicht weniger schwer davon gehe ich aus durch misst aber jetzt wird es auch plädte hallo so lange nicht mehr gesehen hier sein lieblingsgummi shop in den ihre breite tipp und grundflug ok aber sogar aus dem schiff zu sehen ok wir haben auch nach fliegen also das fliegen von von also hier setzt ihr das von von bergmann und sie geht nach hallo besten empfohlen level 8 dann steht da wieviel spitzer ich da verbracht habe ok krass langen hallo besten malen hallo besten malen hallo malen hallo besten malen hallo Oh, this castle sure ain't what I expected. No shine, no nothing. Oh, now what's gonna happen to our plan? Boah, ist das Traverse? Okay, there. Hollow Bastion. Of course, she looks kind of different now. I hope you all in the table are doing okay. Uh-oh, looks like we're gonna have to do some fighting. Hmm.